Diese Kreuzfahrt ist nichts für schwache Nerven und scheinbar gar nichts für die Ohren dieser genervten Passagiere. Ein Paar genießt den Aufenthalt auf dem Schiff, Musik schallt aus ihrer Boombox auf dem Tisch. Dann das. Aufnahmen von einem griechischen Kreuzfahrtschiff zeigen, wie ein Streit um laute Musik eskadiert. Der ehemalige Boombox-Besitzer reagiert überraschend entspannt, seine Frau überraschend nicht. Wie die Situation an Bord geklärt wird, ist unklar. Fest steht, die gute Laune ist mit der Box über Bord gegangen.